Du hast den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und wir sprechen heute über die sieben Geheimnisse, wie du A-Player für dein Unternehmen gewinnst oder auch für deine Projekte gewinnst. Wir werden also beide Seiten heute beleuchten, wie kriege ich Talente wirklich in mein Unternehmen als Arbeitnehmer, was muss ich für Grundvoraussetzungen erfüllen und wie kriege ich aber auch freie Berufler oder Selbstständige per Remote, per virtuellem Projektteam angebunden, um meine hochkomplexen Projekte unter Umständen auch zu realisieren. Wie finde ich diese Leute eigentlich und welche Voraussetzungen muss ich schaffen? Das alles in dieser Folge, wir machen eine Kurzunterbrechung und dann geht es auch schon los hier. Bis gleich. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema innovative Arbeitsumgebungen schaffen. Und damit meine ich nicht Büros. Ich glaube, wir alle wissen, wie das sich anfühlt, von zu Hause aus zu arbeiten im Homeoffice. Corona bedingt natürlich wahnsinnig intensiv und wir haben gelernt über die letzten 12, 18 Monate, wie wir uns organisieren müssen, was die besten Tools sind, wie wir uns auch verhalten müssen. Es ist ja ein ganz anderes Miteinander, ob man virtuell arbeitet oder komplett offline im Büro sich trifft. Und die Vorstellung oder die Idee, dass ich irgendwie ein cooles Büro vorhalten muss, die ist im Moment zumindest ganz weit nach hinten gerückt. Das heißt, das Büro spielt erstmal im Moment zumindest keine wesentliche Rolle. Dass wir uns dennoch, wenn wir dann Corona besser im Griff haben oder gelernt haben, wie wir damit umgehen, uns persönlich treffen. Und dieser persönliche Austausch auch extrem wichtig ist, gerade im Teambuilding. Das ist einfach nicht die Frage, das ist völlig klar, das muss stattfinden. Aber es ist nicht mehr wichtig, in einem geilen Büro zu sitzen. Das, wo wir vielleicht vor zehn Jahren gesagt haben, ich hätte schon gerne so eine schöne Aussicht oder so ein Loft oder sowas. Also gerade in so kreativen Berufen war das total wichtig, in einem geilen Büro zu sitzen und mit tollen Leuten zu arbeiten. Vielen ist jetzt das ganze Thema Familie zum Beispiel viel wichtiger geworden. Oder dass ich meine Arbeitszeit frei einteilen kann. Viel wichtiger, als mich morgens um neun irgendwo in einem Büro einzufinden, um dann 18 Uhr nach Hause zu gehen oder vielleicht sogar 20, 22 Uhr nach Hause zu gehen. Büro, Priorität, weiß ich nicht, 50, ja. Viel wichtiger ist die Integration der Leute in mein Unternehmen. Und da spielt Software, Hardware eine super wichtige Rolle, die Kompatibilität der Endgeräte eine super wichtige Rolle und dass der Verwaltungsaufwand, dieser ganze bürokratische Wahnsinn, nahezu gegen Null funktioniert. Das ist ein total wichtiges Thema. Stellen wir uns einfach mal vor, wir müssen mit diesen ganzen digitalen Instrumenten, also Hardware und natürlich auch mit der Software umgehen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das mich eher behindert, wenn es für mich eher ein Krampf ist, meine Zeiterfassung zu machen oder wenn es eher ein Wahnsinn ist, mich in den Projekten zu organisieren, weil mir dieses richtige Tool fehlt, weil ich einfach keine Kollaborationssoftware zum Beispiel einsetze, wie Asana, Trello und was es da sonst noch alles gibt, dann habe ich natürlich ein massives Problem, dann bin ich nicht kompatibel mit meinen Teammitgliedern, dann habe ich ganz große Mühe, mich dann auch schnell abzustimmen und um auch schnell Ergebnisse zu bekommen. Gerade junge Leute, wenn ihr junge Talente bei euch ins Unternehmen oder ins Team haben wollt, die wollen schnell Ergebnisse sehen. Alles andere ist langweilig. Wenn ich auf irgendetwas warten muss, dann ist das extrem langweilig. Das ist ganz interessant, wenn meine Kinder versuchen, irgendwas aufzuladen, dann ist das für die irgendwie total umständlich, wenn sie einen Stecker irgendwo reinstecken muss. Warum ist das nicht per Induktion? Das geht ja bei meiner Zahnbürste auch. Und diese Kompatibilität, diese Unaufgeregtheit in der Verwendung von Hard Software und so weiter, das ist genau der springende Punkt, an dem viele jedoch scheitern und auch viele Prozesse sehr langatmig und sehr lang und aufwendig sind, dass sie eher abschrecken. Dass sie mich eher abschrecken davon zu sagen, jetzt muss ich in dieses Tool reingucken, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, das zu verwenden. Das geht mir zum Beispiel auch so. Wenn ich eine Software verwende, die nicht smart ist, die nicht intuitiv ist, die mich nicht ein Stück weit auch führt durch den Prozess selber, dann habe ich keine Lust, das zu verwenden. Wenn die auf meinem Handy nicht funktioniert, wenn die nur in einem ganz bestimmten Setting funktioniert, dann ist das für mich nicht interessant. Ich möchte sagen, okay, da draußen scheint die Sonne, ich nehme mein iPad, ich arbeite da draußen. Und dann muss diese ganze Funktionalität, diese ganze Company auch auf dem iPad funktionieren und nicht nur auf meinem stationären Desktop-Rechner, der in der Dockingstation hängt. Das also mal überprüfen, auch in der Kommunikation intern super wichtig. Wenn euer Intranet nicht funktioniert außerhalb eurer Büroräume, dann ist dieses Intranet einfach nichts wert, wird kein Mensch benutzen, werdet ihr sicher auch feststellen. Also das Thema innovative Arbeitsumgebung, unbedingt daran arbeiten und immer wieder daran arbeiten. Es gibt immer wieder neue Tools und das ist ein kontinuierlicher Prozess und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Die Leute müssen gern mit euch arbeiten. Nichts ist frustrierender, vor allen Dingen, wenn ihr so kein Digital Natives seid. Nichts ist frustrierender, als wenn ihr mit einer Software nicht arbeiten könnt und ihr ständig jemanden fragen müsst, hey, kannst du mir mal helfen? Kannst du mir mal erklären, wie man bei dieser Hardware das und das einstellt? Das will man nicht. Man möchte Ergebnisse produzieren, man möchte kreativ sein, man möchte strategisch, konzeptionell arbeiten und da müssen diese Tools, diese Werkzeuge einfach funktionieren. So einen Hammer nehme ich in die Hand und klopfe da mit dem Nagel rein. Einfachste Funktionalität und genau so muss die Software funktionieren. Und bitte noch ein Tipp, das, was euch vermeintlich gut gefällt, muss nicht automatisch auch zu diesem Team oder zu der Arbeitsweise des Teams passen. Es kann ja sein, dass ihr euch mit Begeisterung hingebt für eine Software wie Trello oder nehmen wir mal eine andere Meistertask oder so, um jetzt so ein Projektmanagement abzubilden. Wenn damit nicht gearbeitet werden kann oder die Prozesse eher aufwendig sind und du in das User Interface total verliebt bist, dann bringt das für dein Team nichts. Keine Kollaboration. Also über neue Möglichkeiten nachdenken und die Leute einfach mit integrieren. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Moderne Arbeitsbedingungen heißt, Top-Down war gestern, jetzt sind Teams gefragt und zwar Echtzeitkommunikation auf Augenhöhe. Nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind Teams gefragt. Echtzeitkommunikation auf Augenhöhe. Echtzeitkommunikation, nehmen wir Slack oder wir verwenden zum Beispiel Telegram. Einfach Tools, womit ich schnell in den Informationsaustausch gehen kann, aber unterscheide, ob ich am Projekt arbeite. Dafür verwenden wir zum Beispiel Asana. Das heißt, die Projektarbeit findet dort statt und auch die gesamte Dokumentation. Und wenn wir aber schnell mal so einen Zuruf haben oder uns organisieren wollen, dann benutzen wir halt einfach ein ganz schnelles Tool und das ist halt dann Telegram bei uns oder andere nehmen Slack oder weiß ich nicht, was es sonst noch gibt. Eine ganze Menge in jedem Fall. Also es muss zu euch passen und es muss auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, beendet dieses Desaster der Hierarchien. Versucht Leute in euer Team zu kriegen und die A-Player legen einen gesteigerten Wert drauf. Ein Talent weiß, dass es talentiert ist. Ein Talent weiß, dass es talentiert ist. Das heißt, die wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Die sind keine Befehlsempfänger. Denen gibst du kein Briefing und erwartest drei Tage später das Ergebnis. Denen gibst du das Briefing und sie machen ein Rebriefing und stellen das in Frage, was du in Auftrag gegeben hast. Talente denken proaktiv und proaktiv heißt, sie wollen mitwirken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nur dann sind sie auf Augenhöhe und nur dann funktionieren auch diese ganzen Prozesse. Diese Talente, diese A-Player, die wollen integriert werden in ein Netzwerk. Diese Vernetzung ist denen total wichtig. Dieser Austausch, dieses Voneinander Lernen ist total wichtig. Vergesst diese Hierarchien. Ihr werdet diese Leute verlieren. Wenn ihr versucht, diese Talente, vielleicht schafft ihr es, die zu ködern, aber spätestens dann, wenn die herausgefunden haben, dass sie irgendwie in so einem Pyramidenmodell gelandet sind, wo oben irgendwie so eine Aufgabe reingekippt wird, die sich dann durch alle einzelnen Etagen dieser Pyramide nach unten bewegt und dann abgearbeitet wird, dann werden diese Talente auf kurz oder lang gehen. Das ist ein Riesenthema, diese Talente wirklich im Unternehmen zu halten und ihnen Verantwortung zu geben, Verantwortlichkeiten zu geben und sie zu integrieren in euren Prozess. Also die Arbeitsbedingungen müssen absolut modern sein und modern ist nicht das, was vor drei Jahren irgendwie aktuell war. Modern ist das, womit jetzt alle arbeiten, womit das Silicon Valley arbeitet, mit den Tools, die ihr verändern müsst. Also nur, weil ihr vielleicht vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren irgendein Projektmanagement-Tool eingeführt habt, dann muss das nicht das Nonplusultra sein. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Dinge, die wir lieben gelernt haben, die cool funktioniert haben vor fünf Jahren state of the art waren, dass die heute absolut veraltet sein können. Nicht müssen, aber können. Und genau daran müssen wir immer wieder denken, dass wir mit modernen Arbeitsbedingungen immer am Puls der Zeit sind und sagen, okay, wenn wir ein Softwareunternehmen sind, wie entwickelt man heute Software noch besser als von vor drei Jahren? und drei Jahre ist nicht viel, zeigt aber, wie schnell die Entwicklung in dieser ganzen digitalen Dynamik ist. Also Verantwortung geben, Team, Echtzeitkommunikation auf Augenhöhe und dieses Integrative, diese Prozesse, die ein wirkliches Miteinander, ein wirkliches Kollaborieren einfach ermöglichen. Nächster Punkt, dritter Punkt, drittes Geheimnis, soziale Verantwortung. Super wichtig, denn die Talente, die wollen eine gewisse Sinnhaftigkeit in ihrem Tun. Sie wollen Beitrag leisten, sie wollen Einfluss nehmen auf das gesellschaftliche Geschehen, aber auch auf das ökologische Geschehen und genau das ist der Punkt. Ich habe einen Programmierer, die begrüße an dich, Stefan, an dieser Stelle, der mich immer wieder fragt, wenn ich ihn anrufe, er arbeitet für uns remote im Netzwerk, also ist nicht angestellt und immer wenn ich ihn anrufe, dann sind das immer Spezialaufträge. Also er ist wie so ein Special Agent, so ein 00-Doppel-Null-Status, so ein James Bond. Und wenn ich ihn anrufe, ist nach der Frage, hey, wie geht es dir, sofort die Frage, wie können wir mit dieser Projektanfrage die Welt retten? An dieser Stelle möchte ich dich gerne noch auf unseren Digital Leadership Club The Lion Circle aufmerksam machen. Hier treffen sich Unternehmerinnen und CEOs zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch, verbessern ihre Digitalkompetenzen zu den Themen digitale Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle in unseren wöchentlichen Live-Mentorings, um die richtigen Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen zu können. Also, was bekommst du? Du hast Zugang zu all unseren Live-Mentorings, das sind im Moment das Entrepreneur-Mentoring und das Podcast-Mentoring mit einem Mentor jede Woche, Aufzeichnungen der Live-Webinare, Zugang zu allen Lerninhalten auf unserer Online-Plattform, das heißt Videos, Audios, Ratgeber, Workbooks, Handouts, Checklisten, Tools, Tutorials und Ressourcen, Zugang zu den privaten Messenger-Gruppen, wo du dich also interaktiv austauschen kannst und du hast als Mitglied Sonderkonditionen, das heißt minus 25% auf alle Mentorings unserer Partner, wie zum Beispiel Frank Asmus, worüber ich mich sehr freue als den Keynote-Speaker-Trainer in Deutschland. Du bist automatisch Mitglied bei uns im Genius Alliance Netzwerk und arbeitest an konkreten Projekten mit. Wir haben 100 Plätze zu vergeben, es gibt keine Vertragsbindung, du kannst also jederzeit aussteigen, also überzeug dich selbst, steig ein und mach dich fit für den digitalen Wandel. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes oder unter www.genius-alliance.com und jetzt geht's weiter hier. Und diesen Weltrettungsgedanken, den finde ich einfach mega cool, weil das so viel über diese Person aussagt. Es sagt einfach so viel darüber aus, wenn du mit wirklich brillanten Menschen arbeitest, dann ist dir einfach wichtig, welchen Impact macht meine Arbeit eigentlich in der Gesellschaft zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter und so fort. Und das müsst ihr authentisch und echt verbinden. Das ist Teil der Unternehmenskultur. Und das ist nicht nur ein Marketinghebel, sondern das ist wirklich gelebt. Es ist ein echtes Invest an Zeit und Geld eines Unternehmens, hier wirklich einen Beitrag leisten zu wollen. Und genau das wollen die A-Player von heute und von morgen in jedem Fall in einem Unternehmen. Das ist ein wichtiger Wandel in den Unternehmen, einen Nachhaltigkeitsgedanken fest zu implementieren, das fest zum Teil der Unternehmensstrategie zu machen, weil wir als Unternehmen hier einen Riesenbeitrag leisten können. Und das erwarten diese Menschen von uns. Das erwarten die jungen Leute einfach. Die wollen da nicht tatenlos zusehen. Die wollen nicht irgendwie einem Unternehmen dienen, im positiven Sinne, das nur am Profit orientiert ist, sondern die wollen einen Beitrag leisten. Die wollen diese Sinnhaftigkeit. Finde ich einfach mega wichtig. Vierter Punkt, Herausforderungen anbieten. Also wirklich auch mal mutig sein, geile Projekte machen und mal überlegen, was können wir wirklich in unserer Branche tun. Eine schöne Überlegung auch, immer wieder zu trainieren in internen Workshops zum Beispiel. Wie können wir unsere eigene Branche, unser eigenes Unternehmen, unser Geschäftsmodell disruptiv angreifen? Was müssten wir entwickeln, damit wir morgen nichts mehr zu tun haben? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn diese Frage sich irgendein Startup über euch stellt, also wie kann ich euch, euer Unternehmen, ab morgen überflüssig machen, dann ist das keine gute Idee, weil das geht dann immer recht schnell, dass dann die Marktanteile den Besitzer wechseln. Deswegen einfach mal darüber nachdenken und sagen, wie können wir in die proaktive, in die aktive Rolle wechseln und nicht nur reagieren auf Marktveränderungen, sondern mit einem Talentboard zum Beispiel, also wirklich klugen Köpfen im Unternehmen, aber auch von extern mal reinholen und regelmäßig die Frage stellen, wie müssen wir uns eigentlich weiterentwickeln, weiterentwickeln, um auch langfristig über die nächsten drei bis fünf Jahre am Markt zu existieren, präsent zu sein und uns Marktanteile zu sichern, neue Marktanteile zu sichern. Also nicht nur in der Sicherheitsdenke zu sein und sagen, wie können wir das behalten, was wir haben, sondern wie können wir gemeinsam wachsen, wie können wir das Angebot für unsere Kunden noch besser machen. Und diese Fragen stellen sich einfach die wenigsten und ganz schlecht wird es, wenn der Wettbewerb oder irgendein Startup morgen aufwacht, morgen früh, und mit dem ersten Kaffee einen Beschluss fasst und sagt, okay, ich möchte in diese Branche, die interessiert mich, ich brenne dafür, ich will hier einen Beitrag leisten, mega cool und ich habe eine Idee und diese Idee ersetzt dein Geschäftsmodell vollständig. Und wie schnell das geht, haben wir gesehen im Markt. Wie schnell ändert sich die Umgebung? Gibt es ein schönes Bild von einem Freund von mir, der als Kino-Speaker tourt, der Dietmar Dahmen und der sagt, stell dir vor, du bist auf so einer Rennbahn und du hast so ein Pferd und dieses Pferd ist total muskulös, das ist ein Rennpferd und das hat einen Jockey und Jockey und Pferd sind eine Einheit und das ist irgendwie total beeindruckend, wenn du die beiden so im Vollspeed, im Jagdgalopp über die Rennbahn laufen siehst. Was ist die Umgebung? Rennbahn, Rasen, irgendwie so eine Bahn im Kreis, rennen die dann und so weiter. Und jetzt verändere das Umfeld für Jockey und Reiter. Pack die beiden in den Ozean. Wie effizient ist das Pferd und der Jockey im Ozean? Nicht mehr auf der Rennbahn, auf Gras oder auf Wiese oder sowas, sondern im Ozean, im Wasser. Umfeld hat sich geändert, Markt hat sich gedreht, diese ganze muskulöse Gestalt des Pferdes hat einfach keinen Wert mehr. Die ganze Erfahrung des Jockeys hat einfach keinen Wert mehr. Warum? Weil sich das Umfeld verändert hat. Also Herausforderungen anbieten heißt, was passiert, wenn sich morgen unser Umfeld ändert? Wie können wir dann noch existieren? Wie müssen wir uns verändern, um darauf schnell reagieren zu können? Und das sind genau die Herausforderungen, die Talente und A-Player suchen. Nächster Punkt. Ich fliege jetzt so ein bisschen durch, weil das echt viel ist. Deswegen, da sind wir gleich beim agilen HR-Management. Also, was wir brauchen, ist ein Mix aus verschiedenen Experten im Unternehmen. Das bedeutet, dass ich als HR-Abteil oder im HR-Management natürlich ein genaues Verständnis darüber brauche, welche Talente mit welchen Fähigkeiten ich tatsächlich brauche. Und das ist gar nicht so einfach, denn gerade im digitalen Bereich, gerade bei digitalen Projekten ist das oftmals so komplex, dass ich da gar nicht so wirklich tief einsteige. Ich frage mich zum Beispiel immer bei Konzernen. Da gibt es ja verschiedene Bieterverfahren oder Ausschreibungen, Ausschreibungen, die da gemacht werden. Einfach aus Compliance-Richtlinien zum Beispiel. Und dann redet man mit einem Zentraleinkauf und der verhandelt mit dir über Leistungen, die unter Umständen aus deinem Angebot rausfliegen, weil der Preis zu hoch ist. Und dann frage ich mich immer, wie hoch ist denn die Kompetenz eines Zentraleinkaufs, um diese Entscheidung zu treffen? Ich gehe natürlich von den besten Grundvoraussetzungen aus, dass hier irgendwelche Schulungen stattfinden, aber ich muss ja auch gewisse Digitalkompetenzen haben, um als Zentraleinkauf oder in unserem Fall jetzt hier als HR-Manager ganz klar zu wissen, was braucht diese Person, dieses Talent, dieser A-Player, den ich für mein Unternehmen auswähle, was muss der mitbringen, damit er uns auf das nächste Level pushen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass auch im HR-Management eine wichtige Befähigung der Leute, die das entscheiden, auch ein wichtiger Weiterbildungsauftrag, immer am Puls der Zeit zu sein und dann wirklich die richtigen Leute an die richtigen Positionen auch zu bringen. Dafür brauche ich, und das ist fast wie so ein agiles Softwareentwicklungsteam, so arbeitet eigentlich heute eine HR-Managementabteilung, dass ich kurze Entwicklungsphasen habe, ich habe schnelle Entscheidungswege und ich habe eine ständige Kurskorrektur. Und das hat nichts damit zu tun, ich habe meine Meinung geändert, sondern das hat was damit zu tun, ich reagiere auf Bedarfssituationen, die sich verändern können, weil sich mein Unternehmen verändert, weil sich die Mitarbeiter verändern, weil Corona sagt, ab morgen ist Homeoffice angesagt. Darauf reagiere ich und darauf muss ich in einem iterativen Prozess einfach lernen, was braucht mein Unternehmen gerade oder was braucht es gerade nicht und muss dann ständig auch diese Kurskorrektur machen. Also scheut euch nicht davor, jetzt spreche ich mit der HR-Abteilung oder mit euch als Unternehmerinnen und Unternehmerinnen und Unternehmer, dass ihr immer wieder fokussiert den tatsächlichen Bedarf und der ändert sich ständig im Auge habt, um dann das Schiff wieder neu auszurichten, wieder neu auf Kurs zu bringen. Und iterativ, wichtig, dieser Prozess ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen heute verstehen, dass wir das nicht so aufbauen und sagen, das konserviere ich jetzt oder mein Lieblingsbeispiel, das laminiere ich. Ich habe jetzt einen HR-Prozess entwickelt, den laminiere ich, den drücke ich mir aus, den laminiere ich. Kennt ihr das? Wenn man das so einschweißt, haltbar macht, holt es in zehn Jahren noch raus, sieht aus wie am ersten Tag. Bullshit. Genau das brauchen wir nicht mehr. Keine Laminierung mehr, keine Ausdrucke mehr. Macht es digital, macht es veränderbar. Gerade im Bereich HR, Leute, wir haben mit Menschen zu tun, das sind Organismen, die verändern sich. Der eine wird Papa, die andere wird Mama. Dann gibt es Beziehungsthemen, die da mit reinspielen. Da spielt alles mit ins Unternehmen rein. Alles das, was da privat läuft. Das ganze Glück, die ganze Freude, aber auch das ganze Leid, wenn jemand in der Familie verstirbt zum Beispiel. Das hat alles Einfluss auf die Menschen. Also warum soll ich hier starre Prozesse fahren? Ich muss agil sein und das ist genau damit gemeint. Ich muss mir ein agiles HR-Management aufbauen und immer wieder auch flexibel sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mitarbeiter oder ein Talent oder ein A-Player bei euch im Unternehmen sagt, hey, ich brauche jetzt ein Jahr off. Ich habe jetzt echt durchgehackt mit euch, hier fünf Jahre wirklich, toujours über Stunden geschrubbt und so weiter. Ich brauche jetzt ein Jahr lang Australien, Neuseeland oder was auch immer. Den Leuten das zu ermöglichen und nicht eingeschnappt zu sein, das habe ich ganz oft in Unternehmen, das ist der Verrat, dass wenn die Leute auf die Idee kommen, ihr eigenes Ding zu machen, das geht gar nicht. Selbst wenn die ein Unternehmen gründen wollen und nach 12 Monaten, 24 Monaten zurückkommen und sagen, hey, hat nicht geklappt, kann ich wieder bei euch mitspielen, nehmt die Leute mit offenen Armen auf, die gehören zu euch. Also ich finde es immer wichtig, so vom ganzen Mindset her, dass die, die schon mal bei Genius Alliance gearbeitet haben, immer dabei bleiben. Selbst wenn die morgen keine Projekte mehr für uns machen, sind die immer irgendwie noch ein Teil dessen. Also der Teil der Familie. Ist auch so ein bisschen meiner Historie geschuldet, als ich damals in meiner Agenturzeit aufgehört habe und das verkündet habe, meinem Chef damals gesagt hat, du pass mal auf, ich muss jetzt so meinen Weg mal gehen, nach zehn Jahren bei dir. und er aufgesprungen ist und so unter Tränen gesagt hat, hey, das ist ein Verrat, das kannst du nicht machen, wir bauen hier die neue Medienabteilung auf. Dann war ich ab diesem Zeitpunkt halt auch nicht mehr Member dieses Teams und das fand ich echt extrem schade, dass nur weil man keinen Arbeitsvertrag mehr hat oder weil man einfach sein Ding machen möchte, dass man auch so raus ist aus der Family. Also das ist unbedingt zu überdenken. So, sechstes Geheimnis, die Zielgruppe verstehen und erreichen. Eines meiner Lieblingsthemen, dazu werde ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge für euch machen, weil was hat sich massiv geändert? Die Zielgruppe verstehen, ich mache mal ein anderes Bild, gehen wir mal ins Marketing. Was wir gerne machen ist, dass wir sagen, hey, bau dir mal so einen Zielgruppen-Avatar, überleg dir mal, wie alt ist diese Person, was macht die gerne in ihrer Freizeit und so weiter. Also wir malen uns ein Bild von einer Zielgruppe, an die wir glauben, dass sie unser Produkt, unsere Dienstleistungen lieben wird. Und dieses Tamagotchi füttern wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Werbekampagnen und irgendwelchen Angeboten und so weiter. Und wenn wir das irgendwie gut gemacht haben, ein gutes Gespür haben, dann funktioniert das zumindest relativ gut in der Breite. Wenn nicht, müssen wir das ständig korrigieren, bis wir irgendwie so ein Bild haben. Was verändert sich jetzt momentan? Es verändert sich, dass die Werbung in Zukunft individualisiert und personalisiert ist. Und das bedeutet nicht, dass ich weiß, du hast einen Laptop gekauft und ich zeige dir noch einen anderen Laptop, sondern ich weiß, dass du einen Laptop gekauft hast, dass du die Farbe schwarz liebst, dass du Wert auf eine gewisse Ästhetik und eine gewisse Qualität legst, dass du auch bereit bist, ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann werde ich dir ein Asset dazugeben, was zu deinem Laptopkauf passt. In case, eine Tasche, whatever. So, also personalisiert heißt, ich weiß sehr viel von jedem Einzelnen meiner Kunden und das macht in Zukunft eine künstliche Intelligenz. Das macht in Zukunft eine künstliche Intelligenz mit den Daten, die du sammelst über diese Person. So, und das ist das ganze Geheimnis der Zukunft, wie wir unsere Zielgruppe neu verstehen werden können, indem wir echte Daten haben, selbstlernendes Thema haben und diese Daten auswerten und daraus ganz konkrete Marken und Produkterlebnisse schaffen können. So, und nichts anderes ist das, wenn wir über die Zielgruppe unserer Talente und A-Player für unser Unternehmen nachdenken, dann reicht es halt einfach nicht zu sagen, ich suche Entwickler, sondern dann suche ich Entwickler, die in ihrer Freizeit Kitesurfen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich gehe ganz präzise in deren Welt rein, ich spreche deren Sprache, ich suche sie an ihren Standorten auf. Ich hatte so ein schönes Telefonat vor, weiß ich nicht, ist schon ein bisschen her, drei, vier Jahre oder so. Da rief mich ein CEO an und meinte so, Herr Janor, wir hatten ja über das digitale Projekt gesprochen, wir sind jetzt losgelaufen. Also er war richtig stolz, dass er proaktiv da was gemacht hat. Wir haben jetzt seit einer Woche eine Anzeige in der FAZ laufen, dass wir Entwickler suchen. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, lass mich raten, es haben sich null Leute gemeldet auf diese Anzeige. Und er hat gesagt, ja, genau. Und das ganze Geheimnis war, dass die Leute, die diese Person, also mein CEO, gesucht hat, einfach nicht nach einer Stelle in der FAZ suchen, sondern die sind in ihren Netzwerken, in ihren Communities und diese Talente, von denen wir ja heute reden, und diese A-Player, die sind nicht die, die sich auf irgendwelche Stellenanzeigen bewerben. Bei denen bewirbst du dich als Unternehmen. Und wenn dein Unternehmen nicht sexy ist, wenn das nicht gut aussieht im Internet, wenn das so altbacken daherkommt, und wenn du keine spannenden Projekte hast, wenn die nicht mutig sind, wenn die nicht nachhaltig sind, und so weiter und so fort. Du musst echt was tun. Personal Branding, nochmal an dieser Stelle ganz wichtig, Personal Branding ist ein elementarer Prozess in der Kommunikation eines Unternehmens, wenn das erfolgreich erfolgen soll. Da reicht das Corporate Branding nicht, sondern es muss eine Personal Branding-Strategie vorhanden sein. Warum? Weil ich als Talent sage, ich bewege mich auf Augenhöhe. Wir hatten es vorhin, du erinnerst dich. Wir hatten es vorhin gesagt, auf Augenhöhe in Form von Teams, keine Top-Down-Strategie. Auf Augenhöhe. Und auf Augenhöhe heißt, ich bin als Talent mit meiner ganzen Expertise online sichtbar. Ich mache mir echt Mühe mit meinem Instagram-Account, mit meinem LinkedIn-Account. Und ich mache einen Podcast, ich mache einen Blog und was auch immer. Warum? Weil ich gelernt habe und verstanden habe, dass ich gesehen werden muss online, damit man mich bucht. So, jetzt ist die Frage, sehe ich dich auch online? Bist du mit deinem Unternehmen auch online? Kümmerst du dich um deine Persönlichkeitsmarke? Bist du Repräsentant und Botschafter deines Unternehmens? Und wenn dem nicht so ist, dann werden wir beide uns einfach niemals unterhalten, weil du bist für mich nicht interessant. Ich werde mich sicher nicht in deine Website verlieben. Oder in deine, es gibt ja auch so Webseiten, die so Gebäude fotografieren, so Fassaden, so große Türme und so weiter. Völlig uninteressant. Will kein Mensch haben. Ja, also unbedingt darüber nachdenken, wenn du mit echt tollen Leuten arbeitest, und das ist ein wirkliches emotionales Erlebnis, also wenn du mit einem Team arbeitest, die wirklich was auf dem Kasten haben und denen du nicht den Hintern nachtragen musst, sondern die mit eigenen Ideen proaktiv nach vorne rennen, ja, und du eher Mühe hast, da hinterher zu kommen, mega, das macht richtig Spaß. Und ich wünsche dir dieses Erlebnis, dass du in welchem größeren oder kleineren Projekt auch immer mit solchen Leuten einfach mal arbeiten kannst und dann versuche zu verstehen, wie diese Leute ticken. Lies die Bücher, die diese Leute lesen. Hör diese Podcasts, die diese Leute hören oder selber produzieren. Und dann wirst du viel besser verstehen in deinem HR-Management oder als Unternehmerin und Unternehmer wählen und wie du diese Leute ansprechen kannst. So, was auch immer hier runtergefallen ist. So, und dann sind wir schon beim siebten, ich habe es so ein bisschen vorgegriffen, beim siebten Geheimnis, das ist nämlich Employer Branding. Und dazu will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe jetzt schon ganz viel gesagt zum Thema, wie wir uns als Unternehmensmarke präsentieren. Der wichtigste Tipp, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, bevor wir diese Podcast-Folge hier schließen, ist zum Thema Employer Branding. Versuch zu verstehen, dass die Marke, also die Unternehmensmarke, die Corporate Brand und du als Persönlichkeitsmarke, und das können auch mehrere sein, CEO, CDO, CTO, whatever, können mehrere Leute sein, je mehr sichtbar sind im Unternehmen, desto besser, dass ihr eine Einheit bildet und gegenseitig in das Konto, könnte auch ein Karma-Konto sein, einzahlt. Dass du mit deiner Personality einzahlst in die Corporate Brand und die Corporate Brand dafür sorgt, dass sie die Bühne ist für die Personal Brands der Company, für die Markenbotschafter, die das Unternehmen nach außen präsentieren und repräsentieren. Und noch eine kleine Ergänzung, kleiner Bonus, obendrauf, versucht die Talente und A-Player in eurem Unternehmen zu identifizieren, also wenn ihr ein paar hundert Mitarbeiter habt oder fünfzig oder zehn oder was auch immer, versucht diese Talente zu identifizieren oder holt sie in euer Unternehmen, bietet ihnen Geld, schickt den Headhunter auf den Hals, holt die zu euch, begeistert die Leute, bezahlt denen einen First-Class-Flug. Also wenn euer Talent, euer A-Player in Amerika sitzt oder wo auch immer, bezahlt den First-Class-Flug zu euch, sagt, komm zu uns, sprich mit uns, geh mit uns essen und wir bezahlen noch eine kleine Europa-Tour, fliegt dann noch kurz nach Paris oder sonst was, macht Erlebnisse daraus, lasst euch was einfallen, das muss kreativ sein. Und dann, wenn ihr diese Talente bei euch habt, dann sorgt dafür, das machen viel zu wenig Unternehmen, viel zu viel ist die Angst, hey, wenn ich meine Talente sichtbar mache, dann wirbt die mir irgendjemand ab. Bullshit, vergesst diesen Mist. Versucht diese Leute zu Markenbotschafter zu machen, versucht diese Leute mit eurer Unternehmensmarke so eng zu verbinden, dass sie einfach anfangen, das zu atmen und auch zu beatmen, dass sie zu einem wesentlichen Teil der Marke werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wenn ich eine etablierte Marke, also Personal Brand, bei Apple bin und dort ständig auf den Keynotes irgendwie was zum Thema iTunes gibt es nicht mehr, Podcasting, neues iPhone, neues iPad, ich bin Entwickler von Abteilung XY. Wenn das Apple so feiert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute gehen? Gibt den einen oder anderen, der gegangen ist? Mein Gott, das sind die Reibungsverluste, aber die meisten bleiben, weil die zur Apple-Marke geworden sind. Sie sind Teil dieser Marke, sie sind Teil dieser Familie und der Witz ist, wenn ihr es nicht tut, macht es ein anderer am Markt und wenn der das richtig gut macht, dann sind eure Talente nicht länger bei euch. Die also irgendwie in der Schublade zu behalten oder irgendwie im Hintergrund zu behalten, ist keine gute Entscheidung. Also entwickelt diese Leute, von denen ihr wirklich viel haltet und das ist eine richtig tolle Wertschätzung auch für diese Leute, entwickelt sie zu Botschaftern deiner Company. Das ist noch der letzte Bonustipp, den ich mit auf den Weg geben möchte. Also das waren die sieben Geheimnisse, wie du ein A-Player für dein Unternehmen gewinnst und hältst, super wichtig und mach dir da wirklich die Mühe. Das Team ist das Wichtigste in deinem Unternehmen. Das Team ist das Wichtigste in deinem Unternehmen. Das wird die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, erfinden, entwerfen, die dich und dein Unternehmen letztendlich natürlich nach vorne bringen werden. So, an dieser Stelle bin ich raus. Ich freue mich auf jedwede Art von Feedback. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich auf deine Bewertung bei iTunes. Dauert nur ein paar Sekunden, hilft uns aber dramatisch und du hilfst natürlich auch anderen, diesen Content zu finden, der wiederum denen hilft. Also in diesem Sinne nur das Beste für dich. Bis bald. Ciao.